So, nicht immer so schnell, ich habe nicht mehr Angst. Wo sind wir hier? Wir shutteln uns jetzt selbst doch hoch. Eingebauten Shuttle. Eingebauten Shuttle und dann geht's los. Krankenwaren ist schon da. Aber eigentlich sind wir mittelslegen. Der erste Kreislaufkollaps beim Abhilf. Wisst ihr, wo es hingeht? Wo der Einstieg ist? Ja, hier. Ah, hier. Okay. Hi, Dai. Und Dai, Anna. Ah, Stefan ist verstanden. Ich habe jetzt schon Angst. Ja, nicht aufpassen, Stefan. Stefan ist so Alpen, wo er steht. Ja? Stefan sieht so aus, dass wir fahren können. Sieht auch nur so aus. Gibt? Ja. 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 Und da es quitscht was. War das Heidi, die nur gefahren? Nee, die Anna, ne? Nee, die Anna, wurde es. Ja, wo ist es Heidi? Hier, da ist sie. Hier ist sie. Ah, okay. wäre es eine Schwierigkeit, nicht abgerollt werden könnte. So, nicht immer so schnell, ich habe nicht mehr Angst. Die sind mit dem Haartel da runter. Ernsthaft? Die Jungs sind mit dem Haartel da runter. Okay, dann machen wir. Trüppel, Trüppel weg. Ja, können wir hier abkommen, oder was? Da sind wir hier überhaupt noch richtig. Hier ist schon lange nicht mehr gefahren, wie das aussieht. Guck mal, da hinten ist der Stehenvorsprung, da ist Plümmtentrop. Probier doch mal aus. Guck mal, da geht ein Wanderer auf jeden Fall, da kommen wir auf den Weg. Ja, komm mal, versuchen wir einfach mal. Hier runter, ja, versuchen wir es. Die Plümmtentropel ist nicht mehr. Ja, machen wir, ich war hier. Warte schon. Ja, ich habe jetzt gerade nicht bestimmt, aber wir müssen auf jeden Fall an dem richtigen Ding rauskommen. Ja. Aber ich glaube, dazwischen drin haben wir es wirklich verfahren. Zwischendrin haben wir es wirklich verfahren. So wie du sagst, das ist schon ewig keiner Gefahr. Ja, wir wollen noch Kaffee trinken und so. Ja, ich hätte jetzt gern was zu essen. Ja. Ja. Gut, fahren wir dann noch. Fahren wir dann noch runter. Ja, geht, machen wir auch. Jetzt riech ein Geruch, das gibt es doch nicht. Schöpapai Oh, man. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020